Nissan GT Academy 2013 Powered by Gran Turismo 6 So Da sind wir also mit der GT Academy 2013 und relativ lauter Hintergrundmusik, die ich mir gleich mal leiser drehen werde Mein Name ist Troftu Und wir fahren zusammen die Nissan Academy Ich bin gespannt, wie sich GT 6 fahren lässt und wir werden gerade begrüßt Willkommen bei GT Academy, ich bin Lukas Ordoneth, der Gewinner des ersten GT Academy Wettbewerbs Schön sie kennenzulernen Ja und dieser Fahrer, der hat schon einiges abgeräumt in den verschiedenen Rennserien Also wer da mal im Drang geblieben ist, der weiß das Und wer es nicht weiß, der kann ja immer nach dem Namen googeln, da findet ihr eine Menge drüber Aber eins nach dem anderen, zunächst melden wir sie an Wie heißen sie? Ja, jetzt muss ich natürlich meinen Namen hier preisgeben Ich mach das mit dem Controller, nicht mit dem Lenkrad Denn ich spiel natürlich wie immer mit Lenkrad Die Leute, die mir ja auch bei GT 5 zu gucken, die wissen das Die Leute, die vielleicht gerade neu dazugekommen sind Erstmal ein herzliches Willkommen Also die Controller- und Lenkrad-Umsetzung ist immer noch Scheißchen im Spiel hier Kann ich jetzt schon sagen Also vielleicht hatten ja der ein oder andere von euch schon Das ist echt nervig Ja, ist okay Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein mit der Sache Mit der Sache Glück von Stennis Paul, das bin ich Sie sind jetzt offizielles Mitglied der GTA Academy Übrigens, wir sind gerade dabei, den 370Z zu testen Das ist auch der Wahl, der da im Hintergrund steht Den wir in der GTA Academy verwenden werden Helfen Sie uns doch beim nächsten Test Das gibt Ihnen die Gelegenheit, sich einzugewöhnen Und uns zu zeigen, was Sie können Was sagen Sie? Ja, ich kann nur okay sagen, dann sage ich doch mal okay Oh, eine schicke Cutscene Willkommen auf dem Silverstone Circuit Einem der beliebtesten Motorsport-Schauplätze der Welt Es wird Zeit, loszulegen und sich hinters Steuer des 370Z zu setzen Okay Drehen Sie eine Runde auf der Strecke Und versuchen Sie sich vorzustellen, wie sich das gesamte Auto bewegt Sie müssen nicht unbedingt Gas geben Okay Nehmen Sie sich Zeit und gewöhnen Sie sich ein Drücken Sie die X-Taste, um zu beschleunigen Den Kasten oder Viereck Um zu bremsen Konzentrieren Sie sich nur auf die Grundlagen Das ist hier das Wichtigste Ich würde aber gerne mit Lenkrad fahren und nicht mit dem komischen Kram Wenn Sie von der Strecke abkommen Können Sie mit der Dreieck-Taste in den Rückwärtsgang schalten Achten Sie darauf, dass Sie richtig herum auf die Strecke zurückkehren Boah, das sind ja voll die Anfängertipps hier So, fahren wir einfach mal richtig normal los Das neue Interface gefällt mir schon sehr gut Wenn man mal so guckt, rechts und links unten Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Aha, da geht's los Ja, eben kurz Mein Gott Jetzt muss ich fahren und vorlesen Das ist natürlich gar nicht mal einfach Sehen Sie die Linie auf der Strecke? Boah, ich kann nicht lesen und fahren Das geht nicht Alter, es fährt sich ja mal voll anders Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so anders zu fahren ist als GT5 Auf jeden Fall, was ich vorhin sagen wollte Mit der Einstellung von Pads und so Moment, eben vorlesen Der Bremspunkt befindet sich dort, wo sich die Linie rot wird Wenn Sie rot sehen, steigen Sie auf das Eisen Okay, Bremsen Ach ja, ich habe ja gar keine manuelle Schaltung hier Das ist natürlich schade Aber sicherlich gleich So, also im Menü bei GT5 ist es so, dass Der Controller nur erkannt wird, wenn er als erstes Gerät angemeldet ist Und das Lenkrad dann halt als zweites Wenn es umgekehrt ist, wie der Controller nicht erkannt Dann kann man nur mit dem Lenkrad Bedienung machen Das ist ein bisschen blöd umgesetzt Seien Sie vorsichtig mit dem Beschleunigen in den Kurven Wenn Sie glauben, dass Sie die Kurve nicht schaffen werden Müssen Sie beim Gas gehen Ja, das sind eigentlich so Relativ logische Sachen, die sicherlich Ja, jetzt wollte ich schon wieder runterschalten Das ist einfach die Gewöhnung An Silverstone kenne ich persönlich jetzt so gut wie gar nicht In der nächsten Kurve müssen Sie beim Lenken bremsen Damit Sie nicht die Bodenhaftung verlieren Sollten Sie so viel wie möglich was Also nochmal zurück zu Silverstone Ich persönlich kenne den Kurs gar nicht Ich habe jetzt letztes Wochenende Formline geguckt Da war ja hier auch auf Silverstone Ich habe natürlich dabei die Strecke nicht gemerkt Aber da ging auch ordentlich was ab mit den Reifenplatzern und so Mit der Select-Taste können Sie Ihre Perspektive wechseln Das haben wir ja bereits gemacht Aus der Stoßstangenansicht in die Cockpit-Ansicht Auch wenn ich Wie ich mich jetzt einschätzen würde Generell mit der Stoßstangenansicht nochmal eine Ecke schneller fahren könnte Oha Das war nicht so geil Drauf du, das war nicht so geil So, eben abgefangen Ja und die Leute, die mein Update-Video vom Sonntag gesehen haben Die wissen ja, dass ich in den letzten Tagen Probleme mit meinem Mikrofon hatte Dass das so weit runtergerutscht ist und dann im Lenkrad gegangen hat Und ich deswegen bis jetzt keine weiteren GT-Folgen mehr im Voraus aufnehmen konnte Habe ich auch noch nicht weiter gemacht Momentan hängt es relativ sicher, würde ich sagen Hängt zwar jetzt tiefer als vorher Aber es hängt nicht im Lenkrad, von daher ist alles okay Ich kann ja nochmal hier so ein bisschen hochstellen Dann hört man vielleicht auch weniger vom Lenkrad Aber das ist ja auch ein Feature bei meinen Videos Man hört immer schön, wie ich schalte So, okay Der Test ist zu Ende Vergessen Sie nicht, dass Sie die Tasten Die Beschleunigung und Bremsen steuern Nach Ihren Wünschen ändern können Ja, das ist mir egal Sehen Sie das Startmenü oben rechts Das ist das, was da gerade schön blinkt Dort können Sie die Tastenbelegung ändern Und auf weitere nützliche Farbzonen zugreifen Drücken Sie einfach die Starttaste und probieren Sie es aus Ja, okay Ich würde es ja gerne machen, aber er labert mich weiter voll Ich würde gerne direkt mit Ihnen in die GT Academy Beziehungsweise in die Academy gehen und loslegen Aber zuerst müssen Sie einige Rennveranstaltungen absolvieren Um Erfahrungen zu sammeln Die erste Sunday Cup Veranstaltung ist ein Markenrenn für Besitzer des Nissan Leaf Überall dieser Nissan Leaf Nissan will sowas von Marktpräsenz erschaffen In SimCity gibt es ein Nissan Leaf gratis DLC Damit man ja irgendwie ein Product Placement in SimCity hat In GT5 hast du den Nissan Leaf als DLC, den du kaufen musst Hier hast du den Nissan Leaf in einer scheiß Challenge drin Naja So, wir gehen erstmal ins Startmenü Das ist, denke ich mal klar, dass die erste Folge hauptsächlich mit so einem groben Einstellungskram vergehen wird Naja, das Menü sieht jetzt nicht so geil aus mit den Streifen, finde ich Gerade weil die Schrift dann an der linken Seite ein bisschen unordentlich wird Ich weiß ja nicht, ob das generell jetzt bei mir in Full HD läuft Das kommt mir alles ein bisschen verwaschen vor im Vergleich zu GT5 Das werde ich nachher nochmal überprüfen So, hat Anzeige natürlich an Tacho und Drehzahlmesser, das ist wohl hier Dings, ne? Ähm, fixiertes Auto, ja Demo-Film ist uns ziemlich egal, Sprache ist Deutsch, das habe ich ja schon eingestellt Vibrationsfunktionen, ähm, interessant So, jetzt wird es wichtig, Lenkungseigenschaften Simulation, Lenkhilfe, aus, Phosphit-Pickstärke, 10 So, und falls ihr euch fragt, welches Lenkrad das meinige ist, das ist das dritte Also wenn ihr von oben guckt, das linke ist das Driving Force GT Dann, das in der Mitte in der ersten Reihe ist glaube ich, das Trustmaster irgendwas, das auch voll teuer ist Und dann kommt meins mein Logitech G27 Nur mal so für die Leute, die es interessiert Da, Trustmaster T500RS wäre es Und das ist halt das G27 Mal eben kurz gucken, runterschalten, hochschalten ist klar, Blick nach hinten Ähm, haben wir hier dieses Also normalerweise habe ich bei meinem GT5 Let's Play das so gelegt Und das würde ich jetzt hier auch halt gerne machen Dass ich hier drauf Vorausgesetzt, es gibt dieses Menü Nein, das gibt es nicht Im GT5 haben wir ja dieses Menü, was man im Fahren aufrufen kann Äh, dass ich das dann damit öffne und dementsprechend übers Lenkrad auch das Teil steuern kann Haben wir hier anscheinend nicht Das ist ja dann nicht schlimm Gibt es irgendwelche wichtigen Funktionen, die noch fehlen Ich glaube eher nicht Ich kann natürlich jetzt hier irgendwas assignen Zum Beispiel Geist, Handbremse oder Ich denke mal für die Leute, die driften, ist Handbremse am Lenkrad natürlich dann ganz lustig Aber driften lässt sich sowieso mit Lenkrad eher oder weniger gut, meiner Meinung nach Weil ihr immer so um hin und her drehen wisst Aber ist ja auch egal Das ist mir nämlich immer aufgefallen bei GT5 Dass die Rennlautstärke dann so viel lauter ist, dass ich eigentlich immer den Pegel anheben muss Ah, interessant, hier sehen wir dann auch, es läuft wirklich auf 1080p mit 60 Frames pro Sekunde Sehr schön, sieht mir aber irgendwie ein bisschen verwaschen aus So, Bildqualität normal, Flimmerreduzierung scharf Ich mach mal scharf Ich weiß jetzt nicht, welche Einstellung am besten ist zum Aufnehmen Und ob das überhaupt irgendeinen Unterschied macht So, ich stehe eben noch mal kurz auf scharf, guck mal jetzt Ist irgendwie kein Unterschied So, und Netzwerk können wir natürlich nochmal den Nutzungsbedingungen zustimmen und so habe ich schon gemacht Und das ist also das komplett neue Menü, was wir auch in GT6 sehen werden Erinnert irgendwie so ein bisschen an das Kacheldesign Windows 8 Ich hoffe, das wird dann nicht so unglaublich unübersichtlich, wie bei Windows 8, wo du 10.000 Kacheln drauflegen kannst So, wir gehen den Autohändler kaufen, unser Nissan Leaf Farbe auswählen, oh ja Was nehmen wir denn? So ein Weiß ist irgendwie zu langweilig, ein Schwarz ist auch zu langweilig Hm Ich würde ja das hier fast bevorzugen Oder der? Der sieht ganz cool aus, nehmen wir den Gar nicht mal günstig der Wagen Ich weiß natürlich nicht, wie sich die Preise verhalten In GT6 im Vergleich zu GT5 Obwohl die Preise generell höher sind Aber sonst 45.000 für so ein Leaf ist jetzt So, Lukas Ordoneth sagt Offenbar haben sie ja erst das Auto gekauft Dann wird es Zeit, am Sunday Cup teilzunehmen Wenn sie mindestens auf Platz 3 landen, gewinnen sie eine Trophäe Eine In-Game Trophäe oder eine richtige Trophäe in der Trophäe-List Das wäre natürlich cool, gucke ich nachher mal nach Versuchen sie in jedem Rennen eine zu gewinnen Wir werden sie anfeuern Uh, Sunday Cup Coolio, Autumn Ringling, kennen wir doch So, was haben wir hier noch schicke stehen Aha, bis zum sechsten Platz kriegt man also Cash Interessiert mich jetzt nicht so sehr Ihr wisst ja genau, welchen Platz ich anstrebe So, und das ist jetzt dieser neue, tolle Ladebildschirm Etwas animiert und ich bin ganz so langweilig Wie dieser Ladebalken, der dann eh nicht stimmte Und da sind wir schon Ach man Wieso darf ich Ich will aber nicht automatisch fahren Man, das ist natürlich jetzt blöd Also auf Fahrlinie mache ich aus Ich halte mich eh nicht dran Reizionskontrolle aus Stabilitätskontrolle aus ABS 1, Rutschstopp aus Gibt es nämlich im echten Leben eh nicht Auch wenn ich da noch eine bessere Zeit fahren könnte Und dann fahren wir mal so Wenn ich schon nicht auch manuell schalten darf Was ein bisschen Naja So, da bin ich dann Auf Platz 6 in der Startaufstellung Auf dem letzten Platz Und da legt der Wagen sich in die Kurven Also entweder gibt es jetzt auch Zeit auf der Karte Oder Die haben generell die Beleuchtung geändert Denn ich meine Dass die Beleuchtung in GT5 anders war In GT5 war das doch hier Tag, oder? Boah, ist der Wagen leise? Ist natürlich ein Elektrowagen Du hörst nicht allzu viel Das ist ja auch lustig beim Nissan Leaf DLC für SimCity Da sag ich ja auch in meinem SimCity Special am Sonntag was zu Dann kannst du die scheiß Ladestation für so einen Nissan Leaf hinbauen Mit der tollen Eigenschaft, dass diese Ladestationen Die deinen Wagen mit Strom aufladen Keinen Strom verbrauchen Das ist doch voll die sinnvolle Sache Wenn du da irgendwas hinstellen kannst Was eigentlich Teil einer Städtesimulation sein soll Die zumindest ansatzweise Realistische Werte liefert Und da kriegst du irgendwie Strom aus dem Nichts Weil dir kein Strom abgezogen wird Nur um diesen Nissan Leaf zu pushen So, hier stechen wir mal eben so rein Die Die KI-Gegner scheinen ja auch nicht die schnellsten zu sein Oh, da hat uns jemand angeeckt Ups, das war knapp Ich will so ein Fake-Motoren-Geräusch haben Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber Als so die ersten Elektroautos auf den Markt kamen Gab es ja die Befürchtung, dass durch die Wenigen Geräusche, die so ein Elektroauto von sich gibt Vielleicht irgendwelche Leute dann die Autos nicht mehr hören Und dann vor das Auto laufen Weil sie denken, hey, komm, ich höre den Verkehr doch eh Sodass dann diskutiert wurde Ob nicht die Elektroautos Fake-Motoren-Geräusche kriegen Damit man sie noch hört Das wäre ja ne coole Sache Wenn man es hier einstellen könnte Denn irgendwie ist das schon komisch Immer nur so Steh dir mal vor, du fährst da mit einem Langstreckenrennen Danach hast du Tinnitus Ich frage mich gerade, was die Zahlen neben der Reifenanzeige links unten bedeuten Wird uns damit jetzt gesagt, dass unser Reifen noch 100% in Ordnung ist Und danach, wenn er 9 ist, noch 90%? Oder was mehr zu bedeuten? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Wie gesagt, ich bin auch ganz neu dabei hier bei der GT Academy Habt ihr gesehen, wie ich das Konto eingerichtet habe? Ich habe also nicht vorher reingelungen gehabt Im Ziel Ergebnisse Ich bin Erster Warten wir jetzt noch auf die anderen? Ja, nein, vielleicht So, 7,5 Sekunden Vorsprung Das ist so ein typisches GT-Rennerlebnis Du fängst hinten an und gewinnst damit so viel Vorsprung Tolle Wiederholung sparen wir uns das, glaube ich mal Es sei denn, wir können irgendwie speichern Hallo? Ich kann nicht weiterklicken, tut mir echt leid Vielleicht mit Start? Ah, mit Start geht's weiter Verdientes Preisgehälter 8.000 und Das Geldgeräusch ist immer noch das gleiche, geliebend Glückwunsch zur Goldtrophäe, sagt der Lukas Kehren sie zur Veranstaltungsauswahl zurück Um mit dem nächsten Rennen fortzufahren So, ich speichere mir die Wiederholung einfach mal Speichert, 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 speichert